Dein Bruder ist ein Spaßvogel, wir haben wir nie besucht. Er war in der Armee. Und? Er hat Mutter als Teenager die Treppe runtergeschobst. Oh mein Gott. Warum? Warum ist er zurückgekommen? Weil ich ihn aufgefangen habe. Deswegen, du hast es ja gesehen. Bist du jetzt wach? Verdammt. Bist du jetzt wach? Bist du jetzt wach? Bist du jetzt wach? Untertitelung des ZDF, 2020